Hi Leute, willkommen zurück in der OJAKATA Kampfsport Akademie hier in Ingolstadt. Ich hoffe, ihr seid zu Hause. Wir sind hier und füttern euch sozusagen mit den Videos, die ihr dann zu Hause durchgehen könnt, wie ihr zu Hause ein bisschen trainieren könnt. Heute ist das Thema Schnelligkeit im Boxen, locker werden in den Schultern. Wir wollen euch einfach zeigen, wie ihr das Ganze trainieren könnt, dass ihr schnelle Hände habt, dass ihr beweglich in den Schultern seid. Genau, und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Wir gehen Sets von einer Minute. Wir arbeiten 10 Sekunden. Danach macht ihr entweder 10 Sekunden Pause oder ihr macht ganz normales Schattenboxen, je nachdem wie ihr wollt. Die erste Runde nur schuscheln, schuscheln ganz einfach. Vollgeist mit Aberkratz. Ihr nehmt die Füße mit dazu, ganz wichtig. Und ihr arbeitet mit lockeren Schultern. Wir starten mit einer Minute und wir starten dann auch gleich mit Vollgang. Und auf geht's. Und 10 Sekunden Feuer. So schnell wie ihr könnt, kommt alles raus. Und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und nochmal. Und nochmal. Entweder macht ihr jetzt eine Pause oder wie willst, normales Schattenboxen. Konzentriert euch wieder. Und Schultern auf geht. Und Zeit. Bleibt dran. Schnell sein. Schnelligkeit ist es. Keine Kraft, ganz locker. Und nochmal. Die Schnaufe. Und Gas geben. Auf geht's. Auf geht's. Die Füße sind mit dabei. Arbeiten. Lockere Schultern. Und Zeit. Ganz locker. Ruhig schnaufen. Und das war unsere erste Runde. Nächste Runde. Selbe Prinzip. Wir arbeiten 10 Sekunden. So schnell wie es geht. Und 10 Sekunden sind wir im Schattenboxen. Wir nehmen jetzt unsere linke Seite. Die linke Hand. Gerade. Kopfwagen. Uppercut. Und dann. Uppercut. Im Wechsel. So schnell wie es geht. Die Technik ist nicht wichtig. Mir ist nur wichtig. Lockere Schultern. Und so viel Schräge wie möglich. Und Runde Nummer 2. Feuer. Aus. Und weiter. Gerade. Kopfwagen. Uppercut. Und Zeit. Ihr macht Pause oder normales Schattenboxen. Haltboxen. Puls runterbringen. Und Gas geben. Kommt. Schneller. 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 Die Technik ist nicht wichtig. Geschwindigkeit ist wichtig. Und normales Schattenboxen. Haltboxen. Und Feuer. Auf jetzt. Jawohl. Langbleiben. Und normales Schatten. Und normales Schattenboxen. Runde Nummer 2. Das selbe mit der rechten Seite. Ihr könnt jetzt in eure Auslage stehen bei. Wir können die andere Auslage gehen. Ganz noch lustig und lauter. Im Prinzip bleibt dasselbe. So viel Schräge wie möglich. Ehrlich. Und Feuer. Schneller. 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 Locker. Die Schulter. Die Schulter. Die Schulter. Die Schulter. Painter. Und locker raushauen. Und nochmal rausnehmen. Tief atmen. Und Gas geben. Schnell. 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 die Nasen einfach rausbauen lassen. Und noch einmal. Und zwei. Okay, Runde Nr. 5, dasselbe. Wieder verdoppeln, entweder bei der neuen Auslage oder neben rechts nach vorn. Runde Nr. 5, Feuer. 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 Alle Richtungen können wir schlagen. Und 3, Feuer. Runde Nr. 5, Feuer. Runde Nr. 5, Feuer. Und das war Runde Nr. 5, Runde Nr. 6, wir nehmen beide Hände, wir machen es einfach eine Kombination aus, für Heure, für Geraden, Uppercamp von hinten und Kopfhaken vorne und auch wieder Technik ist mir nicht so wichtig, mir ist es wichtig, locken schön und so viele Schläge wie es geht in den 10 Sekunden, so viele Schläge wie möglich, fertig und Feuer. Und Feuer, auf geht's! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017